Borussia Dortmund hat sich blamiert. In der Champions League ist man raus. Der BVB lieferte keine guten Leistungen ab. Erst gab's zwei glanzlose Siege und dann drei Niederlagen in Folge. Im Ernst, das darf nicht passieren. Die Gruppe ist ja vergleichsweise schwach. Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon und Beşiktaş Istanbul. Kein Klub aus einer Top-5-Liga. Grund genug für eine Analyse über die aktuelle Situation im Verein. Ich denke, fünf Dinge sind für das Frühjahr ausverantwortlich. Was genau, klären wir jetzt. Los geht's. Ich bin nicht mehr. Falls ihr noch mehr Analysen zum BVB haben wollt, kein Problem, jeden Montag gibt's hier einen Bundesliga-Rückblick. Das Geile ist, ich darf da auch Spielszenen zeigen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, hier unten draufdrücken und aktiviert die Glocke. Nächste Woche gibt's schon das Topspiel gegen den FC Bayern. Das nehme ich dann natürlich auch unter die Lupe. Starten wir mal mit dem Offensichtlichsten. Punkt eins, die Verletzungen. Immer wieder fehlen wichtige Leistungsträger. Das zieht sich wie ein gelber Faden durch die Saison. Vor allem in der Defensive fehlen die Automatismen. Sie ist nicht eingespielt. In den letzten drei Champions-League-Spielen stand jeweils eine andere Kette auf dem Platz. Die große Schwachstelle war jeweils die linke Seite. Und genau das ging jetzt gegen Sporting schief. Beim ersten Gegentor schlug der Gegner einfach mal einen hohen, weiten Ball. Theoretisch leicht zu klären, aber die Verteidiger standen sich auf den Füßen. Niko Schulz und Maren Pongracic. Keiner attackierte so richtig. Der Stürmer bedankte sich und zog einfach vorbei. So individuelle Fehler sah man in den letzten Wochen immer wieder. Bitter daran ist, Rafael Guerreiro verletzte sich beim Aufwärmen, sonst hätte er auf der linken Seite gespielt. Der Muskel macht er zu und das ist schon krass, denn zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit ist das passiert. Fakt ist, beim BVB gibt's erstaunlich viele Muskelverletzungen. Die Liste ist richtig lang, da ist sie mal für euch eingeblendet. Zusätzlich fallen ja noch einige Spieler mit schwereren Blessungen aus. Das ist schon auffällig. Also ist das jetzt nur ein Zufall oder ein Fehler des BVB? Trainer Marco Rose weiß da jede Schuld von sich und dem Stuff. Man hinterfrage zwar die Dinge, aber bei den Verletzungen sei kein klares Muster zu sehen. Zitat. Aha, es sind laut ihm wohl die äußeren Umstände. Schuld ist vielleicht die allgemeine Belastung. Im Sommer war die Europameisterschaft, zuletzt dann noch einige Länderspiele. Für viele Spieler gibt's keine Pause. Irgendwann ist der Körperhalt am Ende. Das kann wichtiger Faktor sein. Egal wie man es dreht und wendet, Borussia Dortmund schafft es nicht, die Ausfälle zu kompensieren. Und das ist der Grundstein der Probleme. So fällt dann Punkt zwei auf, die Kaderplanung. Keine Frage, in der Spitze ist der BVB echt gut besetzt, aber dahinter wird's halt sehr schnell sehr dünn. Wegen den Ausfällen muss jetzt die zweite Reihe ran. Mir geht's da vor allem um die Defensive. Die gestandenen Spieler geben da keinen Halt beziehungsweise sorgen nicht für Stabilität. Auffällig ist, die meisten gefährlichen Angriffe der Gegner kamen zuletzt über die linke BVB-Seite, vor allem in der Champions League. Egal, wer da spielte, es wurde wild. Nico Schulz steht sinnbildlich für die Lage. Nach einer guten Bundesliga-Saison in Hoffenheim kam er zum BVB, die Ablöse, 25,5 Millionen Euro. Es gab die Hoffnung, dass er den nächsten Schritt macht und ein Leistungsträger wird. Aber ohne Erfolg. Immer wieder wirkt er zu unsicher, die Konstanz fehlt einfach. Die Sache ist, hinter ihm gibt's dann auch keine echte Alternative. Der BVB ist qualitativ viel zu dünn besetzt. Das ist eine große Baustelle. Emre Can kam im Hinspiel gegen Ajax rein, war aber dann viel zu passiv. Im eigenen Strafraum schaute er nur zu und lässt den Stürmer in Ruhe abziehen. Viel zu leicht fielen jetzt in der Gruppenphase die Gegentore. Insgesamt elfmal landete er der Ball im Netz. Die fehlende Qualität in der Breite zieht sich durch den gesamten Kader. Generell zeigt sich, bei den Transfers von gestandenen Profis das hat der BVB zuletzt zwar viel Geld ausgegeben, so richtig gelohnt hat es sich aber nur selten. Leute wie eben Emre Can, Nico Schulz, Julian Brandt oder auch Axel Witsel spielen nicht konstant auf Topniveau. Was ein großer Klub aber eigentlich bräuchte. Die Erwartungen waren zu Beginn einfach höher an sie. Oder seht ihr das anders? Lasst uns da doch gerne mal unten in den Kommentaren diskutieren. Ich denke, jetzt darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Die BVB-Bosse müssen hinterfragen, wer im Kader bietet sportlich wirklich einen Mehrwert. Der Leistungsgedanke muss stärker sein. Leicht wird das natürlich nicht. Durch das Aus in der Champions League fehlen Minimum 10 Millionen Euro in der Kasse. Ich hab trotzdem das Gefühl, dass frischer Wind dem Kader ganz guttun würde. Dazu kommt noch Punkt 3, die Klubphilosophie. Der BVB will die besten Talente zu sich locken. Diese Rohdiamanten schleifen, man ist quasi ein Premium-Ausbildungsverein. Das klappt oft und lohnt sich finanziell, das will ich überhaupt nicht kritisieren. Das Problem daran ist, zurzeit befindet sich die Borussia in so einer Art Übergangsphase. Einige Talente sind noch nicht bereit für die Champions League, andere sind in ihrer Entwicklung stehen geblieben. Wegen diesen vielen Ausfällen werden sie halt jetzt ins kalte Wasser geworfen. Reinier zum Beispiel ist oft nur Reservist, dementsprechend unzufrieden. Es gibt sogar das Gerücht, die Laie vorzeitig zu beenden. Ohne regelmäßig zu spielen, es ist schwer zu glänzen. Jetzt erhielt er mal gegen Sporting ne Chance. Aber er nutzte sie halt nicht. Offensiv gab's kaum gute Aktionen zu sehen und defensiv wirkte er zu nachlässig. Beim zweiten Gegentreffer war das Stellungsspiel nicht gut. Reinier stand zwar beim Gegner, setzt ihn aber nicht so richtig unter Druck. So kam er dann frei zum Schuss. Versteht mich bitte nicht falsch, er ist natürlich nicht alleine schuld. Die größte Baustelle ist allgemein die Defensive. Jeder müsste nach hinten arbeiten, aber das funktioniert nicht so gut. Verteidiger Dan-Excel-Zagadou fehlte lange wegen einer Knieverletzung. Jetzt bei seiner Rückkehr gegen Sporting musste er direkt in einem Endspiel ran und verschuldete einen Strafstoß. Flügelstürmer Ansgar Knauf versuchte beim Rückspiel gegen Ajax nach hinten zu arbeiten, war aber oft einen kleinen Schritt zu spät. So trug er eine Mitschuld für einige Gegentore. Dazu wurden ja auch einige Talente aus Frankreich geholt, die noch überhaupt keine Rolle spielen. Ja, Potenzial steckt in diesem Kader. Man muss halt Geduld haben, dass sie die Ausfälle von Leistungsträgern jetzt sofort auffangen, kann keiner erwarten. Also, bis die Jungs wirklich helfen können, wird's noch einige Zeit dauern. Punkt vier, die spielerischen Lösungen. Schön sieht der Fußball von Borussia Dortmund zurzeit nicht aus. Mit dem Ball am Fuß gibt's relativ wenig Kreativität. Trainer Marco Rose will ich da trotzdem noch ein Stück weit in Schutz nehmen. Er hatte halt nur wenig Zeit, um seine Ideen zu vermitteln beziehungsweise umzusetzen. Wegen der kurzen Vorbereitung, der Dreifachbelastung und eben den vielen Verletzungen. Seine Handschrift ist also noch nicht wirklich zu erkennen. Ja, es gibt Spieler, die vorangehen. Marco Reus beispielsweise versucht, überall gleichzeitig zu sein. Er will kreativ sein und die Bälle verteilen. Dazu läuft er oft in die Tiefe. Steht da aber zu oft im Abseits, siebenmal in der Champions League besetzt. Das ist einer der höchsten Werte in der Vorrunde. Reus versucht wirklich alles und reibt sich total auf. Deshalb wirkt er auch gerade etwas müde, hab ich das Gefühl. Also, Reus ist die große Konstante. Wichtig wäre, dass mehr Spieler als Leader vorangehen. Aber das tun sie halt nicht. Entweder sind sie verletzt oder sie sind gesperrt. Ja, der BVB hat jetzt in der Gruppenphase wirklich Pech gehabt. Mats Hummels kassierte beim Rückspiel gegen Ajax die rote Karte. Das habt ihr ja alle mitbekommen. Klar, das war eine wilde Grätsche an der Mittlinie total unnötig. Aber er traf nicht mal den Gegenspieler richtig. Anthony rollte quer über den Platz, sah kurz hoch und rollte dann weiter. Ich finde, maximal unsportlich. Und er wurde für diese Schauspieleinlage auch noch belohnt. Hummels flog ja vom Platz. Das stellte natürlich das ganze Spiel auf den Kopf. Bitter daran war insbesondere, so fehlte Hummels jetzt beim wichtigen Duell gegen Sporting Lissabon. Er ist für den BVB-Kader so enorm wichtig. Hummels ordnet die Abwehrkette, macht Ansagen und redet viel. Ich denke, mit ihm hätte es diesen ersten Gegentreffer gegen Sporting nicht gegeben. Ja, den Ärger über den Schiri kann ich verstehen. Trotzdem, und das ist ganz wichtig zu sagen, ist diese gravierende Fehlentscheidung nicht alleine schuld für das frühe BVB ausgewiesen. Spielerisch hat man kaum überzeugt. Und das halt mehrere Spieler am Stück. Hier passt auch Punkt fünf, die Sturmflaute. Es ist krass, wie abhängig der BVB in der Offensive vom größten Star ist. Herling Haaland, seine Torquote spricht für sich. Im Schnitt schießt er in jedem Spiel ein Tor. Ohne ihn sieht's dann plötzlich sehr düster aus. Dem BVB fehlt ein Zielspieler. Man kombiniert sich relativ gut bis ins letzte Drittel. Und ab da gibt's keine Idee. Deshalb bleibt man auch oft hängen. Insgesamt nur 56 Schüsse gab der BVB in der Champions League bis jetzt ab. Das ist pures Mittelmaß. Um das mal einzuordnen, Ajax hat in der gleichen Gruppe 87 Mal geschossen. Tja, die körperlich robusten Stürmer werden im modernen Fußball immer wichtiger. Und so einer fehlt dem BVB als Backup. Daniel Mahlen passt in diese Rolle nicht. Er ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp. Er ist wendig, ein Dribbler und will mit seinen Laufwegen Unruhe stiften, damit der Kollege neben ihm mehr Platz hat. In der Doppelspitze mit einem echten Stürmer funktioniert Mahlen am besten. Aber alleine ist er halt oft unsichtbar. Das ist gar kein Vorwurf, das sollte jedem bei der Verpflichtung klar gewesen sein. So richtige Alternativen auf Topniveau gibt's dazu im Kader nicht. Da kombinieren sich die vielen Probleme. Das Talent Yusufa Moukoukou braucht halt noch Zeit. Steffen Tigges ist ein völlig solider Stürmer. Aber halt keiner für ein Endspiel in der Champions League Vorrunde. Meiner Meinung nach. Der BVB müsste den Sturmausfall also im Kollektiv auffangen. Was aber nicht funktioniert, weil es überall Löcher gibt, die gestopft werden müssen. So ist das früher aus in der Königsklasse die logische Konsequenz. Das Positive daran ist, Borussia Dortmund darf weiterhin international ran. Und zwar in der Europa League, im sogenannten Cup der Verlierer. Ab der Rückrunde sind die verletzten Leistungsträger wahrscheinlich wieder fit. Ab da könnte dann auch der Rose-Fußball zu sehen sein. Vielleicht ist das ja jetzt der Weckruf. Jetzt heißt es, das Beste draus zu machen. Mit den ganzen Stars ist der BVB saustark und kann die Probleme, die es definitiv gibt, kaschieren. Wer weiß, gut möglich, dass man am Ende der Saison mit einer Trophäe in den Händen dasteht. Egal ob national oder international. Für ganz unmöglich halte ich das nicht. Ein weiterer Grund für die miesen Leistungen ist definitiv das Trikot. Mit so einem hässlichen Shirt kann man einfach keinen schönen Fußball spielen. Ich bin hier ein Sammler, aber das aktuelle internationale Trikot vom BVB kommt mir definitiv nicht in den Schrank. Hier sind noch die Lowlights des Lissabon-Spiels auf dem Sportstudio Fußball-Kanal zu finden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.